Willkommen zurück zu Woca 2 Beyond the Dark Portal Wir sind hier immer noch dabei, irgendwie zu überleben Und hoffe, dass mein Peon jetzt erstmal überlebt Der jetzt hier einmal weg...läuft! Lauf, 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 lauf! Ah, furchtbar So, die hier sollen jetzt gefälligst mal da irgendwie was machen Du, machst mal hier bitte den Todesmantel Eigentlich verschwendet, aber was soll's? Wir haben schon zwei Achswerfel verloren, das gefällt mir nicht Ähm, wir wollten weitere Peons haben, mit denen wir dann... Da irgendwie mal was machen können Ihr geht mal da unten runter Und ihr auch Wir haben jetzt hier mehr Platz, dass die auch besser voran ziehen können Nehmt Theorie In der Praxis, äh, mal sehen Och Leute, was macht ihr denn hier? Da! Einmal mit Profis Ich brauche Grundsatz, ich brauche irgendwas, was ich da im Weg stelle Weil ich brauche auch eine Schmiede und alles Und du hast sie nicht gesehen Und ahhh Furchtbar, sag ich dir, furchtbar Moment, weiß ich gar nicht, wo ich zuerst sein soll Du da bitte mal reparieren, danke So Die hier machen hier hoffentlich mal ein bisschen mehr Platz Das wär zumindest mal ganz schön Die hier sind alle so hart angeschlagen Äh, das hier geht jetzt noch nicht, wegen Mangels Gold Weil die ja auch nie irgendwie ins Gold gehen, sondern immer wieder ins Holz Die Saftsäcke Was machst du denn da? Da! Das sieht man doch! Augen auf! Einmal mit Profis So, und ich brauche hier unten immer noch Platz Oder überhaupt irgendwo Platz Das heißt, eigentlich bräuchte ich dich da unten Du reparierst mal bitte hier oben Hier, stellt sich gleich wieder Achswerfer am Weg Ich seh das schon Ja, da kommt ne Balliste Ihr Schweine Okay Ihr seid solche Schweine, ey, ehrlich Man haltet nicht mal eine Minute mal Ruhe hier So Rückzug So Grundsor sind wir eigentlich noch zu schwach dafür, dass ich sie halt noch nicht ausgebaut hab und sowas Deswegen bin ich da halt ein bisschen vorsichtig Ah, was willst du machen? Das muss ja irgendwie mal gemacht werden Problem ist halt wirklich auch, ähm Einfach, dass das alles fehlt Gold fehlt, Holz fehlt, Platz fehlt Ich mag mich hier draußen gar nicht weiter umbauen Oder ausbauen, weil wegen Ach, ihr wisst schon Wegen mangelnden Platz und so Aber eigentlich müsste ich Ich muss ja quasi irgendwo ausbauen Ah Geh ins Holz Damit hier Platz ist Irgendwo muss ich ja was tun Wir brauchen halt auch die Verteidigung Weißt du? Oh nein Oh nein Oh nö, ne? Kommt der nächste an Alle paar Sekunden ist hier irgendwas Ne Sag doch sowas nicht Oh das war der Oh Leute Ran hier Es ist doch nicht der Possibility Es hilft nichts Ich brauche Axtwerfer Und hier mal jemand der hier mal reparieren geht Oder sowas Ach guck mal da oben sind sie jetzt auch wieder Ist ja ein Träumchen Geht mal da unten da das Holz weg machen Ich brauche mehr Platz Ich brauche einfach mehr von allem Warum macht ihr denn nix? Ihr steht da nur und denkt euch so Ja, lasst doch da den Turm zerstören Boah, ihr seid mir auch welche, ne? Ja, mach mal da Mach einfach Boah Ey, also manchmal, ne? Da könnte ich sie aber auch alle Du mal da reparieren, du mal da ins Gold So So Der Troll steht hier im Weg Ihr sollt nicht da das Holz abbauen Ihr sollt da das Holz abbauen Was denn noch alles, bitte? Ist doch wahr Ja Bitte deswegen Okay, er tut was Alter, ich hab schon wieder keine Trolle, ne? Leute Da, wenn schon denn schon Beziehungsweise ihr könnt auch ins Gold gehen Oh ja, 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 komm Ach, leck mich doch Ist doch nicht wahr Ich schicke jetzt sowas schon den Peon los So verzweifelt bin ich Mhhh Der Peon hier, der macht einen guten Job, du Der macht einen guten Job Ah, dann muss er hier einen guten Job machen So Habt ihr gut gemacht Muss man ja mal sagen, ne? Du gehst mal bitte hier ins Gold Besserke Erholung hätte ich eigentlich gerne Ein paar Zeiten Man macht nicht viel, aber es macht etwas Mhhh Halt sich das mal eigentlich Fast egal Noch ein Beserker-Troll, komm Jetzt kriegen wir hier unten mal so langsam ein bisschen Platz Das ist schön Dann kann ich nämlich hier eine Schmiede bauen Ihr geht mal bitte hier ins Gold Was machst du da? Rumstehen? Das sollst du jetzt nicht Alter Da Diese eine, ne? Na gut, der kann jetzt hier mal den Baum abholzen Vielleicht kann er dann dann da irgendwann mal rumgehen Vielleicht Lassen wir ihn mal machen Die unterbrechen glaube ich auch relativ oft hier die ganzen Holzarbeiter, dass sie gar nichts mehr machen können Was natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist Aber ganz ehrlich, so viel Holz müsst ihr nun auch nicht abbauen hier Ich will euch im Gold haben Im Gold Mann hier, also wirklich Ah, ich raste bei diesem Spiel hier noch raus Da kommt doch schon wieder was an Ich glaube es hackt So Er kommt jetzt nicht durch Jetzt könnte er aber durchkommen Ja, immer nur nicht Okay Ja, ja Moment ist halt hier erstmal alles nur Verteidigung und Verteidigung hier und hast du nicht gesehen Ich meine, wir haben hier noch relativ viel Gold drin, weil wir noch nichts abgegrast haben, aber Ne? Wir wollen ja nichts überstürzen So, du da mitkommen Da hinstellen So, jetzt kannst du aber hier mal dein Zeug zurückbringen Leute, ihr habt jetzt da echt genug Holz abgebaut, ne? Geht mal da hin Nein! Da! Boah Leute, was versteht ihr denn daran nicht? Ja, gut, der Drache jetzt nicht vielleicht Och Leute Boah Einmal mit Profis Da kommt gleich der Nächste an Ich glaube es hackt A.D. Turm A.D. Ich wollte eigentlich hier irgendwo nochmal einen Turm hinbauen, aber das kann ich ja inzwischen auch schon knicken Na gut, das war ein Troll Da kommt gleich der Nächste In Ordnung Leute, nein Da Ja So, hier Verteidigung ist upgrade Damit wir gleich mal die Grund zu haben Alter, so außer Nahkampfreichweite hier, das machen die Sau auch nicht gerade nicht So Du, Gold Einer von euch hier kann hier ein Haus bauen in der Ecke Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Ja wird der Zeug Irgendwann Ich kann so nicht arbeiten. So, bau schon mal einen Grundsatz. Mach mal irgendwas hier für dein Geld. Und dann bauen wir auch relativ zügig jetzt hier irgendwo aus ne Kaserne hin. Und dann mal schauen. Ah, ich bin jetzt nicht so schlau. Oh, jetzt ist der eine grad weggegangen, der besackt. Ja, 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 ja. Was machst du denn da? Nicht rumstehen! Na gut, er hat das Haus gebaut, aber trotzdem. Oh, nö, ne? Da brauch ich ja hundert Dinger für. Hundert Mana, die ich nicht habe. Hm. Ich hasse es. Ich kann so nicht arbeiten. Das geht doch nicht. Ey, dass der Atom überhaupt noch lebt, ist ein Wunder, ne? So. Nächster Grundsatz. Verteil uns upgrade. Oh Leute, ihr sollt doch da nicht alle Holz abbauen. Das lässt nur die Gegner rein, lass das mal. Ist voll nicht gut und so. Nur weil er wieder irgendwo in Beppo im Weg stand. Ah, ich hab mich hier echt sowas von verbaut. Das ist furchtbar. Ihr Befehl, Meister. Mitkommen. Hinstellen. Meinetwegen auch da hinstellen oder sowas. Ähm, Duda, ab ins Gold. Duda, Grund zerbauen. Okay. Oh nein. Nein. Da. Nein. Da. Boah, diese Peons. Ah. Es schmerzt so im Hirn. Diese totale Unfähigkeit dieser Kreaturen ist einfach bedauernswert. Ist einfach so. Erledigt. So, du bist erledigt. Das ist schön. Dann machen wir jetzt hier im komplexen Gebäude hier einen Ogerstall hier. Ja, einen Ogerstall. Ist mir noch egal. Stell dich da hin. Ja, geht doch. So, dann machst du hier Axtwerfer. Wie viel können wir noch bauen? Nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssten hier eigentlich schon wieder ein neues Haus bauen. Ja, das soll es mir wert sein. Weil deswegen wird hier auch nicht mehr lange leben. Was schon schlecht genug ist. Ja, wir haben ja nichts mehr, was wir bauen können. Wir haben ja kein Gold mehr. Ist ja Mangelware. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre immer noch der Türkise, der hier manchmal dann zwischendurch funkt. Ja, Halleluja. So, da einstellen. Ich wollte ja eigentlich immer noch Kanonentürme oder sowas hinbauen. Wofür ich derzeit bisher noch keinen Platz, kein Gold hatte, kein irgendwas. So, stell dich bitte auch da hin. Da kommen auch schon die nächsten. Ist ja ein totales Träumchen.